äh warte so direkt so voll ja warte ich muss erstmal suchen achso äh muss ja irgendwo hier so irgendwie hier so hallo ach jesus boah voll gesichert ja hui voll spannend ja total so wenn i see you ne warte ich hab slimes ja ha 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 aua es ist slimes hier jawoll es hat geklappt er kommt zu mir er will mich drücken okay ich weiß zwar nicht wie es funktioniert aber äh ist das geil ha 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 ich glaub der will mich umarmen au zu nein weh au ich bin gleich tot scheißviecher schon mal kurz gesperrt jetzt kann ich das mit den pistons bauen ja voll nicht gerechnet naja ist doch voll geil ja also das ist auf jeden fall aber ich hätte damit auf keinen fall gerechnet es funktionieren würde weil es gibt ja eigentlich slime chancen du hast jetzt verdammt viel glück gehabt oder äh das kann auch sein das geht wirklich so es ist ja voll geil he 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 hätte ich jetzt eh hätte ich nicht gedacht ist ja richtig geil wo soll ich die schleimbälle hinpacken äh die kannst du mir gleich geben okay ich geh nämlich jetzt grad erstmal die kolben holen die ja da schon seit 50 jahren in der kiste liegen achso ja dann geh ich wieder hoch hier und stauben spawnen jetzt immer wieder welche oder wie ach ich hab keine ahnung musst du dahin da den mehr wer das gesagt hat äh der heißt wenn heißt er achso muss ihn mal fragen ja äh eisenschwert nehme ich mal da wo sind die kolben äh wo haben wir die nochmal reingepackt in irgendeinem ich meine im haus müsste das sein in einer kramskramskiste ja oh jetzt hat mein fuß eingeschlafen ja ah oh o das hat Style ja im Netzplay den Fuß einschlafen lassen hey dann weggehend wieder auf hallo achso gib mal hier Sliden Not werden nicht einschlafen wieviel slimebälle sind das denn? 14 so ist cool oah Ah, du bist für das Leim, du bist für das Leim. Ja, 14, das könnte sogar reichen. Nee, 14 sind mehr als 14. Ja, aber vielleicht können wir dann irgendwie nochmal welche dann... Kann ich ja dann da, dann liegen wir uns da. Ja, höre ich auch gerade. Mann, wo sind diese dummen Kolben? Tobi, wo sind die Kolben? Ich muss mal grad... Ich hatte ja irgendwas geplant, mir fällt das so grad nicht mehr ein. Das hat noch besser, als wenn dir einen Fuß einschlafen würde. Pipsi, weißt du Bescheid? Ey, ich find die Kolben nicht mehr. Das ist voll komisch. Ups. Sind die hier drin? Verdammte Hacke. Ey, sind sie auch nicht. Ich find grad die Kolben nicht mehr als so scheiße. Ha, hallo. Ha, hallo. Hallo, hallo, hier. In Bauern, äh, Dingshaus. Was? Ja, hallo, hier, hallo. Da hier oben, hallo, hier, hallo. Ja, hallo, hallo, da. Ach, wo sind die Kolben, Mann? Im Haupthaus, irgendwo. Nee, sind sie nicht. Okay. Mann, was wollt ich bauen? Hä? Ha. Wo ist denn jetzt der Rotz? Ich hatte doch irgendwas geplant. Ich könnte hier gleich kotzen. Ja, es ist voll gereint. Ach, weißt du was? Weißt du was? Ich kann mir eine neue Idee. Was denn? Bauernhafen. Na Hafen? Na Hafen. Sehr cool. Tüe mit Haar chesten und Ticherhütteln alles. Richtige Hamburger Hafen. Richtige Hamburger. Ja. Ja. auch ich sehe es ist der Diener Schnauze aber auch so ein bisschen der Dienstag mäßig naja was brauche ich ich brauche was mit was bei euch noch mit Steinziegeln mit Kobblestone weißt du wie Kolben gehen ja ja ich kann ich bin ich denn doof oder sich er weiß wie Kolben sie gehen auch war das so ganz toll wir haben 200 Perlen Zuckerrohr und kannst du ja mal diese komischen auch gleich diese Viecher machen die so Redstone weiterleiten diese Platten da Redstone Repeater genau Repeater heißen die äh im Wiki peinlich kannst du ja eigentlich auch mit Streamen lassen oder? nein ist ja kein Stream es wäre eine Aufnahme aber geht nicht ja wir hatten gerade eben wir haben ja mit fünf verschiedenen Kisten Redstone ja Tobi ja warum hast du das nicht gesagt? das hat mir gerade eben echt so Minecraft Wiki ja das ist schon irgendwie blöd gerade ne erste Aufnahme direkt mal so voll hier so und so so und so äh Kolben Schalter und Kolben ein Kolben so dass sie jetzt Kolben oder Kolben ah 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 aha ah mhm 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 Interesting Interest in mein Freund jetzt mit dir Prozent 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 und schau mir die ganzen Kühe an die die ganze Chaos an Chaos Chaos ja mein Chaos Chaos auf die Uhr hatten wo hoho Gott wird ja aber sie haben auch die was 13 nah 13 Prozent 13 bekommst du von mir Euro ja gibt er 13 Kolben ja alle sind ein Euro wert so und jetzt bei euch erst ach so Repeater Viech da no kannst du jetzt mal selber machen du da weil wir sieht man das nämlich nicht wenn man wenn ich da also wenn dann 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 die Zuschauer hier nicht die ganze Zeit dieses Pausenmenü ok ok warte mhm so ich mach mich mal kurz jetzt hier so wieder wiki Hintergrund zu so Minecraft wiki oder wie ja ja so ähm ja ich brauch Stein ja Stein das haben wir in der zweiten Kiste von rechts also viele Steine äh äh nie ne kraft das sieht gut aus das sieht gut aus das sieht gut aus so äh wie wird wie wird Repeater geschrieben ja also r e a p irgendwie so keine ahnung re repeater keine ahnung äh ok ähm so Minecraft mit Zaun und Schienen mach ich mach ich da auch bisschen äh Frachthafen draus kann man ja eigentlich auch machen ne was äh ist egal ich für ganz ein bisschen Selbstgespräche mit den Zuschauern das ist toll da muss ich das noch machen und das noch machen ja wenn ich noch 52 Druckplatten auf jeden Fall verbauen äh und äh sonst kann ich ja nicht so nie ah es wird dunkel äh äh so ich geh morgen auf jeden Fall erstmal holz ne das ist wichtig ach man jetzt hab ich vergessen äh äh Alter 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 ah so wie geht denn ein Repeater da 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 alles klar gut ist gut und I'm back neiiiin was haa haa ich glaube ich bin jetzt nicht auf den Großbildschirm gegangen sondern aufs Kreuz ich wollte Vollbild machen und dann bin ich ein bisschen ausgerutscht und dann bin ich vielleicht aufs Kreuz gekommen ja Also es kann sein Wenn jetzt hier gleich alles Wenn ich jetzt gleich rausfliege Bin ich rausgeflogen? Noch nicht Jetzt bist du rausgeflogen Yeah, ich bin aufs Kreuz gegangen Und ich schlafe in deinem Bett Nein Ach, das ist doch toll Wenn du schon mal nicht selber rausfliegst Dann sorgst du dafür, dass du rausfliegst Ja Und sogar noch ungewollt So ein Dreck Mann, 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 ey Nein, was weiß ich jetzt, wie ein Repeater geht Das ist gut Ziel erreicht, würde ich sagen Ja, ich feier mich gerade selber Boah, echt so krass schon Ja, ich, ja Ich hätte mir vielleicht noch ein Schwert machen sollen Natürlich habe ich den ganzen Scheiß wieder abgelegt Ah, Rauboffice, Mann Das brauche ich genau jetzt Ja, bin ich auf jeden Fall dafür So, ich glaube, wieder sinnlos durch die Gegend Wolltest du nicht irgendwas bauen? Ja, also ich meine so sinnlos durch die Gegend im Sinne von Äh, ich laufe wieder hinterher, obwohl ich eigentlich gar nicht hinterherlaufen möchte Ich muss aber trotzdem machen Das ist sondertoll Nein, nicht wirklich Äh, okay, für die Zuschauer nicht Das weg Nervige Fliege an der Seite bei mir Jetzt habe ich zweimal Gamebooster Nee, doch Doch Oh Da, da, da Äh, so Äh, das, ne, ich nehme 64-Stick auf jeden Fall mit Und jetzt muss ich überlegen, soll ich oder soll ich nicht mit Pflastersteinziegeln arbeiten? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage Hä, sein oder Pflasterstein? Boah, Junge Das ist hier die Frage Ich glaube, wir haben hier so viel, ich mach einfach mal Mit was? Äh, Dingens, Dingens hier und so Dingens, Dingens, ach, das Ding Steinziegel Steinziegel, Dingens Steinziegel, Dingens Steinziegel, Dingens And I'm back Maybe Also Andreas Beck von Hoffenheim Hoffenheim Ja, das ist ein Spieler von Hoffenheim Hoffenheim, was hast denn du mit Hoffenheim zu tun? Keine Ahnung, ich kenne halt Spieler von Hoffenheim Ich kenne eigentlich sehr viele Fußball, nein, ja, gar nicht Na, willst du nicht? Hä? Boah, willst du nicht? Also die neue KI hat auch Vorteile Na? Möchtest du nicht in die Sonne? Oh, ist doch schön da Mensch Ich werde jetzt mal die Melonen-Erntemaschine bauen Natürlich habe ich keinen Bogen mit Leck mich am Arsch Ähm, Hafen Äh, Repeater Äh, dein Teppichladen wird ein Teil des Hafens Wenn das für dich in Ordnung ist Okay Wenn du willst Wenn du Lust hast Ah, perfekt, noch drei Steine sind da Ich brauche eine Fackel Ah, ich sehe dich, hallo, hihi Hier im Main-Gebäude, hua, 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 hua Yeah Ich werde verhindern, dass das gezeigt wird Wir zeigen hier keinen, der irgendwie zwanghaft ins Bild möchte Zwanghaft ins Bild möchte So, Stein, Stein, Stein Ach, du auch so Ich würde doch eigentlich mal Holz haben, ich Idiot So Mensch, die heißt, Luke Rotstein-Verstärker heißen die hier Rot-Stein-Verstärker Was ist das für ein Scheiß-Name, ich? Das sind die Ideen kaputt gegangen Ein Rotstein-Verstärker Eigentlich heißt die Ripstone auch eigentlich Blutstein, oder? Ich meine, ja, bei Minecraft heißt das, aber soweit ich weiß, Rotstein, aber Rotstein-Verstärker hört sich einfach scheiße an Aus wie Rotstein Wenn sie ihn trotzdem Redstone heißen lassen sollen, finde ich Ja Auch wenn das in Deutsch ist, aber das ist, naja Das hört sich echt kaka an Die, äh, die Übersetzungsdatei kann man sicher bearbeiten, ne? Und so Ja, das geht Ja, das geht Sehr cool Muss ich mir mal angucken, wie, und dann werde ich mir das vielleicht sogar machen, wenn ich nicht zu faul dafür bin Also wenn wir das nicht machen Hehehe 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 Muss unbedingt, äh, dafür sorgen, dass hier mal langsam Bäume nachpflanzen Yeah Wir haben genug, also auf jeden Fall... Voll irgendwie gut Deutsch und so Haben wir genug, haben wir, äh, genug Dingens noch und so? Sieht's ja Meinst, äh, setzling Meine ich Meine ich auch, äh, müssten wir haben, ja Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut